Der Radio Arabella Weiberfasching im Hofbräukeller. Ein volles Haus, Riesenstimmung und viele hunderte Faschingsnahen haben mitgefeiert, getanzt und einfach Spaß gehabt. Die Partyband Ois Easy war natürlich auch mit dabei, mit einem Gastauftritt von meiner Kollegin Steffi Schaller. Und für den Rest habe natürlich ich gesorgt, euer Arabella DJ Klaus Schweiger. Ich habe die beste Musik aller Zeiten aufgelegt. Und natürlich haben wir wieder die besten Kostüme prämiert, gewonnen haben neun verrückte Punkabräute. Radio Arabella